Hallo, hier ist Yen und willkommen zurück zu Let's Play Oracle of Seasons. Wie gesagt, treffen wir uns beim nächsten Mal eben hier, damit wir von hier direkt nach Subrosian gehen können. Und da war ein Hühnchen. Moment mal, eigentlich könnte ich es Herbst machen, dass ich... Zumindest kann ich da schon mal den Garsha-Kern pflanzen. Auf die Idee bin ich eben gar nicht gekommen. Komm, das mache ich jetzt noch. Ja, weil ich habe diesen Part nämlich wirklich tatsächlich mal direkt nach dem Part von eben auf. Das kommt bei mir extrem selten vor, bei Zelda zumindest. Weil ich eben jeden Part so abspeichern kann, dass ich beim nächsten Mal genau da weitermachen kann. Nicht so wie bei Metal Gear zum Beispiel, aber gut. Hätten wir das Ding gepflanzt und können es dann später holen. Wieso nicht? Aber heute geht es wieder nach Subrosian... Ey, zieht euch! Ich will bloß nicht von diesem scheiß Krähen getroffen werden, aber gut. Na dann runter in die Sub-Welt. Mal sehen, was uns heute hier erwartet, ne? Schauen wir mal. Und... Äh? Wow! Hey! Meine Fehler! Was? Warte! Falsches! Ihr habt mir jetzt... Was soll ich denn damit? The fuck! Ich will meine Fehler! Alles klar. Wo sind die langgelaufen? Nach Hause? Wohnen die vielleicht hier vorne? Schauen wir mal. Ihr! Ihr merkt schon, worauf das hinauswerfen. Moment, ich habe nicht volle Herzen. Also. Ja, ja. Ich bin halt so. Ich brauche immer volle Herzen, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Aber gut. So. Ihr seht schon, die beiden spielen dasselbe Versteckspiel wie Rosa vorher mit uns. Das heißt, wir müssen ihnen hinterherlaufen, dürfen uns nicht sehen lassen. Ding ist, auch wenn es jetzt zwei Leute sind, das ist eigentlich relativ easy. Es ist jetzt nicht so, dass das Spiel euch so krass ausfällt, dass ihr keine Möglichkeit mehr habt auszuweichen. Zumindest sollte das nur selten passieren. Vorsicht. In der Regel solltet ihr eigentlich die Möglichkeit haben, vor allem auszuweichen. Wow. Fuck. Fuck! Ich habe das echt verkackt. Gibt es ja gar nicht. So. Runde zwei. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mich sehen lasse. Ah. Okay. Auf ein neues. So. Ciao. Hinterher. Ich war eben ein bisschen zu... Ja. Zu weit im Offenen, habe ich gestanden. Na, aber gut, das sollte jetzt hinhauen. Schauen wir mal. So. Ich warte hier. Dann gehe ich jetzt schnell hier hin. So. Da ist der erste weg. Alles. Wow. Jetzt hat es mich fast erwischt. So. Und das ist auch interessant, dass ihr nicht mal über die Steine gucken könnt, weil so hoch können die doch gar nicht sein. Aber gut. Der andere ist echt schon weg. Alles klar. Hinterher. So. Das hier ist, glaube ich, das schwerste Screen, auch wenn ich mich ja schon einmal habe erwischen lassen, aber gut. So. Ah. Der war ja doch relativ easy. Alles klar. Wenn sie so nebeneinander sind, ist mir das am liebsten. Weil so kommen sie nur von einer Seite. Aber okay. Ganz vorsichtig. Bloß nicht sehen lassen. Alles klar. Hinterher. Oh. Okay. Vorsichtig. Ich will bloß nicht da oben hin, weil da scheint es dann so abzulaufen, dass ich da gefangen bin oder so. Wow. Hä? Das war's schon? Klang aber gut. Alles klar. Die beiden verziehen sich. Und wo könnte unsere Feder tatsächlich sein? Dreimal könnt ihr raten. Ganz genau. Was legt das Erz an seinem Platz zurück? Achso, hat Link automatisch. Ah. Ich dachte schon, ich behalte es einfach, aber das Spiel sagt ne. Na, ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Feder zurück und können uns jetzt wirklich darum kümmern, die nächste Jahreszeit zu erhalten. Nicht wahr? Schauen wir mal. Na dann schauen wir mal. Denn wir haben heute noch ein bisschen was in Subosia vor. Auch ein Grund, warum ich das lieber als einzelne Episode machen wollte. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich jetzt noch alles schaffe. Aber gut. Ihr seht schon, wir hätten die Feder so oder so gebraucht, weil sonst wären wir hier nicht rüber gekommen. Denn hier geht es schließlich weiter. Und schaut mal, da. Ein Pirat. Ein Toter? Na, vielleicht. Schauen wir erstmal hier, was es hier Interessantes gibt. Entschuldigung. Ich habe vergessen, dass ich alles auf einer Pfeil habe und dann ist mir einfach gefallen. Moment, ich kann mein Huster gar nicht rausschneiden. Schaut mal da drüben. Hm, aber wir haben keine Möglichkeit zu ihm zu kommen. Noch nicht. Ha, aber merkt euch den für später. Der wird auf jeden Fall nochmal ganz wichtig. Aber gut. Gehen wir jetzt rüber zu den anderen Piraten. Zu dem anderen Piraten. Politisch korrekt. Aber gut. Wie die Piraten es geschafft haben, herzukommen und in der anderen Welt rumzuhängen, weiß ich nicht. Aber vielleicht haben sie auch einfach die Teleporter genutzt. Hey, hey, hey. Deine Glocke? Arr, har, harr. He, he, he. Okay. Seine Hübsche, hm? Von wem die da wohl reden? Sein Liebste ist eine Königin? Ah ja, ihr spinnt doch. Welche Königin würde sich mit einem Piraten einlassen, ne? Also wirklich. Hm, nie mehr. Ja, ich habe zumindest einen Teil von eurem Schiff gesehen. Wo der Rest ist, weiß ich leider nicht. Aber gut. Es scheint also meine Glocke zu gehen. Hey, hey, hey. Du siehst irgendwie am interessantesten aus hier. Und du? Schauen wir mal. Merkt euch das. Mal sehen. Zwei, drei, eins, zwei, drei war das, ne? Merkt euch diese Kombination? Es wird garantiert noch eine Weile dauern. Ich schreibe sie mir mal ganz kurz auf. So. So. Aber wahrscheinlich werde ich euch eh nochmal zeigen, wie die Kombination ist und das jetzt noch nicht machen. Hm, okay. Ich überlege nur gerade, gehen wir da erst hin oder machen wir das erst später? Näh, näh. Wobei, wir könnten hier jetzt wieder zurückgehen und dann wären wir wieder im Gutenhalten. Wobei, das kann ich ja schon mal machen. Ist das so? Obwohl, wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich auch nicht auch zurück zu Vasu gehen. Ja, wieso nicht? Schaut mal, wir sind nämlich jetzt wieder im Dorf, haben jetzt also diesen Kurzweg hierher. Sollte also ziemlich cool sein für die Zukunft. Aber reden wir mal mit Vasu. Ich habe drei Ringe und außerdem können wir zwei Ringe mehr tragen. Von daher kümmern wir uns da mal heute drum. Ein Zora-Ring. Ey, das passt eigentlich ziemlich gut. Den könnte ich eigentlich ganz gut verbrauchen. Was haben wir noch? Ein Martha-Ring. Ja, den habe ich schon, aber danke. Und zum Schluss noch... Na, einen unnützen Ring, den wir eh schon hatten. Alles klar. Wir können aber jetzt noch zwei weitere Ringe mitnehmen und das sollten wir auf jeden Fall tun. Nein, ich will nicht schätzen. Ja, Vasu, ich will mitnehmen von der Liste. So, lasst mich mal durchschauen, was ich sonst noch so habe. Nee, nee. Katapult, Wurfheit. Dass der Stinks schneller auflegt, klingt zwar auch ganz interessant, aber muss nicht unbedingt sein. Der Eisschuh-Ring, der wird auf jeden Fall nochmal nützlich, aber ich glaube, den brauche ich jetzt noch nicht. Genauso wie den Treibsandring. Der könnte auch interessant sein, aber eben auch jetzt noch nicht. Hm, Garsha-Jade. Nee, eigentlich weiß ich die meiste Garsha-Jade, wo sie ist. Aber gut. Was für prachtvolles Garsha-Wachstum. Nehmen wir den mal mit. Nein, ups, jetzt habe ich den einen rausgeschmissen. Ah, Marta-Ring, wo bist du? So. Und zu guter Letzt. Warum ist der eigentlich sofort wieder equipped? Den hatte ich doch gar nicht dabei. Aber gut. Und was haben wir hier noch? Ich wollte die letzten zwei noch checken. Fausthieb, wow. Nee, dann nehmen wir wirklich den einen mit, wo ist er? Momentchen. Ach komm, probieren wir den mal aus. Wieso nicht? Kann ich ja mal sehen, ob das wirklich was bringt, dass ich schneller die Attacke auflade. Wieso denn nicht? Aber gut. Sonst gibt es hier eigentlich nichts, was wir noch machen können. Wir könnten eventuell jetzt schon zu dem Piratenschiff gehen. Aber ich will erst die nächste Jahreszeit und ein bisschen da drüben halt weitermachen, bevor ich das hier mache. Warum? Na, das werdet ihr dann noch merken. Aber gut, gehen wir zum Tempel wieder mal. Schauen wir mal, ob ich den Weg finde. Dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein, ne? Hui. So, eigentlich müsste das ja hier oben sein. Moment, war ich hier eigentlich nicht schon mal? Und warum sage ich jetzt so oft eigentlich? Ich sollte damit aufhören. Aber gut. Ey, ey, ey. Lava kommt ja aus. Stört dich das nicht? Das ist ja großartig. Ja, total. Komm ich da vorne an die Schatztruhe? Ne, über vier Löcher kann ich unmöglich springen. Keine Chance. Über drei Löcher geht noch. Übrigens, es gab noch eine Schatztruhe bei den Kronen. Da wäre ich aber unmöglich rangekommen. Denn der Unterschied ist, wenn bei Lava drei Felder fehlen, kann ich da nicht einfach drüber springen. Weil, wenn es ein Loch ist, kann man so halbwegs noch so auf diesem halben Bogen laufen. Das geht aber bei Lava einfach nicht. Und hey, da ist ein Gashakirn. Ja, ich brauche die dreckige Feder, damit ich da rankomme. Ups. Ne. Egal. Ich habe, was ich wollte. Epp. Mann. Was ist denn heute mit mir los? Das Loch führt zum Tempel. Scheinbar ist das der Eingang, den ich gesucht habe. Schauen wir mal. Hui. Ich wusste gar nicht mehr, dass es auch so eine Verbindung zum Tempel gab. Aber gut. Ich kann mir auch nicht alles merken. Moment. Bevor wir da hochgehen, gehen wir erstmal hier hin und holen noch einen Gashakirn. Alter, ich habe so viele Gashakerne. Ich glaube, ich werde wirklich mal ein bisschen vielleicht mal eine Folge machen, wo ich nur Gashakerne pflanze und absammle, damit ich endlich mal das Herzteil kriege, ne? Aber gut. Mann, was ist heute mit meiner Sprunggenauigkeit los? Ja, Spiel. Weißt du? Ich gehe hier noch... Ja, komm, ich gehe hier Game Over. Weißt du? Also. So. Es fehlt nur noch eine Jahreszeit, Leute. Und welche könnte das tatsächlich sein? Die Kraft des Geistes des Frühlings. Und damit haben wir den kompletten Stab der Jahreszeiten. Ja, damit haben wir alle Fähigkeiten. Aber, Leute, ich denke mal, ich werde hier einen Schnitt machen. Beim nächsten Mal, denke ich, treffen wir uns erstmal in der versunkenen Stadt, weil ich da noch ein paar Sachen machen möchte, bevor es weitergeht. Klingt gut. Bis dahin und bis dahin.